Musik Action! Und Fynn, freust du dich das gleich? Ja, klar! Hallo, heute ist Weltkindertag! Ich bin Sina und ich bin Ella und wir gucken heute, was in der Kölner Spielewerkstatt in Nippes los ist. Musik Hallo! Hallo! Ich wollte vielleicht jetzt mal ein Interview machen, wenn das okay ist. Ich wollte gerade ein Lied vorspielen, wenn das okay ist. Musik Kinder haben Rechte Die gelten für jedes Kind Kinder haben Rechte Für alle Egal wo sie auch sind Also ich würde direkt mal anfangen und zwar Was für Aktionen und Workshops bieten Sie denn heute genau an hier? Wir machen eine kreative Aktion zum Thema Gut behütet im Sinne der Kinderrechte und zwar werden an einem Stand Hüte gebastelt aus Papier die werden verziert und angepasst so dass auch Auch heute gegen die Sonne Auch ein schöner Schutz für den Kopf Für jedes Kind darf ein Hut basteln Entschuldigung Kann ich vielleicht auch mal einen Hut gestalten und wir können das mal aufnehmen? Okay, Dankeschön Musik Schon ein hübscher Hut, ne? Jetzt probieren wir mal gleich das Domino aus Ich sehe schon hier, es sind hier noch ein paar Kinder am Bauen Was versucht man denn mit dem Domino den Kindern zu vermitteln und was für Werte stecken dahinter? Also wir versuchen zu vermitteln Zumindest acht der Kinderrechte, die es gibt Es gibt glaube ich ungefähr 53 Einfach haben wir die wichtigsten rausgesucht dass die Kinder für sich klar bekommen was wichtig ist für sie und was sie dürfen welche Rechte sie haben Ich habe heute sehr viel gelernt hier in der Kölner Spielewerkstatt und zwar dass es viel mehr Rechte gibt, als ich eigentlich dachte Zum Beispiel, dass es über 50 Rechte gibt und dass hier auch mal die wichtigsten Rechte quasi aufgeführt werden Also es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Aktion die hier veranstaltet wird vor allem für benachteiligte Kinder weil das kostenlos ist und weil sie sich dann einfach mal eine schöne Zeit machen können am Wochenende Musik 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 Musik